In der Gesamtserie möchten wir natürlich wieder um den Sieg mitreden, klar. Ich bin schon als Kind davon geträumt. Wir starten seit 2014 in der Klasse 4 DLC, deutscher Langstreckencup. 1000 Kilometer ist was anderes, hochprominente Fahrer noch am Start dazu und die Spannung ist natürlich schon zu spüren so ein bisschen. Wir fahren von Anfang an diesen Langstreckencup mit. Söger Movimiento Achtung 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 Eins Achtung 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020